wie geht es alles an der rei herr damit sind nicht live sind nicht live seid ihr mein link hallo und scheint zu klappen ja ja hat also ganz spezielle nur wenn man ja morgen alle gut als ich der letzte bäuer überhaupt live anhängen total ausverkauftes stadion für mein workshop heutzutage spruch und zwar oder die stadion erkannt moin thia moin ingenieur moin malak moin naschid ja wie die stadion hießt war da vielleicht schon länger an dem stadion wir konnten ihn heute zur verfügung gestellt weil eben ja durch situation wie sie am moment das kein fußballspiel haben wir organisiert gehen und auch kein konzern und dafür konnte ich das stadion zur verfügung gestellt für heute mit erst der von des live videochats gehören ja moin naschid moin amadou moin mola moin malak moin jise muin moin annessa moin katja moin domenico oder die stadion römerkant nee soll ich sagen funktioniert den ton hey ja da muss ja wo was vorstet die stadion war der flaschen denke an dem stadion als die stadion heute zuletzt das wird zuletzt das kann sich verroren etwa ganz viel wie nennen die nette überziehungsabest mein management haben wir probiert das alles zu organisieren aber ich hoffe es klappt in november der stad barna büner amadou es gut erlaubnis von london ja wir sind live zu london am wembley stadion und die sind alle gut gekommen für letztes wo ich zu lehren ist das nicht fantastisch ich will dann auch in zukunft mit meinem video chat auf welttournee gehen und dann eben zum beispiel auch aus spüren an den stadt bernabeu stadt de france medicine square garden pasadena roseball überall wo stadion zur verfügung stehen die am moment eidel sind ginge ich dann optreten an die leute mein video chat zum besten gehen voila moja natalia dat is de camp nou nee malak nee nee dat is moja natalia dat is de wembley stadion dat muss natürlich dann auch an den zeitungen affichert gehen gell auch an der zu london selber überall plakate da bin ich ganz froh dass der low out hi zu so viel kommen sie für letztes wo ich zu lehren mit dem brexit mit dem corona also als ever nach schönsten sind das so viel leute gerne mit mir letztes wo ich zu lehren exzellent boom hoi den eng froh nee ich war schon enke zu london ja ich mein so gut puh mul zu london me ich war low na nie an dem stadion dafür sind ich ganz froh dass ich das haut den doofen darf machen und ich hoffe der geseit mich gut ob der leinwand das fantastisch all die leute hat sie gesehen sie sind auch schön roh für das sie mich gut verstehen war schon enke von er am wembley stadium vielleicht für ein fußballsmatch zu gucken oder ein concert von ihrem lieblingsartist backstreet boys oder new kids on the block oder nana muskuri you never know julio e klesi has oder vielleicht auch ein lützebäuer künstler ne und das ist auch fantastisch wieder am moment zu london normalerweise redet ja immer doch mir auch das fantastisch wieder moier fritle monig ich werde den alexander weil den alexander ihnen den exerciß bestellt dann ist schon die hier gemacht ich hoffe ihr könnt den noven alexander moier aspargo atomico amah hussein alle guten salut merci dass ihr hier seid bon dann weisen sie euch das programm für heute also atelier workshop vom 10. Mai 2020 aufgepasst 9h Zeit für die nächste Woche die video chat auf youtube aus von lo uns immer um 9h 9h nie wohl bleibend selvest a22 main des an donnes des an dünnstes am mittwoch als a1 2 an a2 1 das immer um 9h a freudest als auch de b2 dann um 9h samschtes den atelier workshop auch um 9h a sondes auch um 9h ja das für den video chat dann meine ich aber auch an zukunft mehr zoom kuren für ming schüler beim INL schüler dabei sind in der man in zukunft 2 sessionen 1 von 6 bis 7 an 1 von halver 8 bis halver 9 an an dan do no video chat an don is das auch von 6 bis 7 an da von halver 8 bis halver 9 an do no de video chat a für ming schüler bei der vdl dünschtes von halver 7 bis 8 an mittwochs von halver 7 bis 8 an freud des b2 mit das zoom kuren und du kriegst eine invitation du kann nicht die schüler die auch bezweilen tun der video chat den ist für jüterin und das ist um 21 also n rin kann ja video chat das video chat den ist um durch zum schluss okay normalerweise reden du zu london ja moment das fantastisch wird davon die kauf in dem end river da werde drum reden also hau das den zink dem 2020 sunday dimanche sondern aber wir sind live aus dem Wembley stadium und haben auch den link auf facebook seite vom Wembley stadium könnt ihr das foto auch gehen voilà für die wollen ist angeschaut und sind live aus dem Wembley stadium zu london mit meinem video chat fantastische publikum merci wembley stadium zwischen den exerzis und hier machen wir das interview und hier ist den exerzis den ich wollte machen grameis exerzis moe bingo frederick fassam den hüten alexander bestellt ich weiß nicht ob den alexander lodow ist so spielten den dann hängiger das ja egal du hast den link da könnt er auch trainieren da gehen mal dokument gucken das dann so und zwar geht um dumm sein das niveau a22 und du musst er ausfüllen dumm dar sing sein oppassen auf den n hier 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 wer ist richtig ich mach ein bisschen groß für dich ein bisschen theorie dumm das männlich dumm chantal das sächlich sein auto also männlich dumm dumm chantal sing fra das weiblich dumm dumm chantal sein haus das sächlich also heute sieht das schon männlich an sächlich als selbisch dumm dumm chantal sing heiser das ist pluriel und da sind fra oder sind heiser das selbisch dann muss aber appassen wenn hei vier nicht männlich oder sächlich als weiblich zum beispiel dach nopisch dann hören wir hier da nopisch hier in auto männlich da nopisch hier fra also wenn sie mal fra bestellen das dann nopisch hier haus sächlich dann nopisch hier auto das pluriel an an pluriel gaudet davan hei viel leid zin dann das de musika hier instrumenten mal ach frit wat muss ich machen für die koren bei Zoom bei zu treten mal ach das geht nicht weil das ist reserviert für schüler vom INL an WDL an Oktober bezoelt also das reserviert für die schüler beim INL beim WDL mit die video chat in das video chat sind can more Zoom session machen aber an an vakanz für wat net ja im moment so dass INL WDL sie gehen mehr richtung zoom oder microsoft teams ich meine video chat ist nicht bei aber ich muss mit Zoom koren machen ich will auch mit Zoom koren machen Zoom ist ok ja an alexandra ist do katja fred 4 nimm für fra sind immer sesslich normalerweise ja mal fred für wat als schont als sesslich ja das fred nimm für nenga fra und nimm fra als sesslich für ihr kant like a child kom mein enfant bon dann könnt ihr mal das von schläft her ausfüllen nummer 1 dat as her konter hond an dann den 2 3 an 4 as jo schei graus katja fred gleich kannst du spruche kaffee zoom machen katja ja verwendet mich probieren nur mal den video chat um nenga war auf in l auf ed l dat sie mich trauen an schüler hätte gerne mei zoom an patran hätte gerne mei zoom da kann ich nicht so ne ich will juste video chat machen ich meine video chat für er schele goe an zoom als für schüler die angeschrieben sind die kriegen dann noch exklusiv eine invitation geschickt selbstverständlich moja da fängt das schon nun erst zu füllen das ist super also he sind männlich dann das ist dumm das ist dumm her konnte ein Hund ist auch männlich sein Hund dann ein madame konnte ja das weiblich das dar madame konnte und dann ist nicht mit sein mit hier und dann ja mal nein das falsch alexander richtig ja te richtig aber du falsch dann den drei moja nie war den drei du musst auch passen das ist männlich und weiblich das ist dumm sing bumi und das hat hier schon sächlich die weiblich fürnimmt sie sächlich also sara ne alexander den zwei ist hier drin weil Hund ist männlich das ist dumm sing bumi ne alexander dumm weil das ist männlich mit bumi ist weiblich und dafür sing an hai bupi das ist männlich an he ist sächlich also das ist dumm dem chantal sein bupi mir heiden entfällt verschwinden b das dem chantal sein bupi und dann 5 6 7 8 direkt direktes das ist weiblich man ist männlich ja ja wie schreibt man richtig ta das ist doch direktes hier an den enthält was in dem m an die rektor das männlich und das ist dem direktor an fra als weiblich sing fra du musst also mal die 2 wieder gucken geht nicht da soll ist ein guckt ja sara nee 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 das doch direktes das weiblich da muss man hier holen und hier rein weil männlich das dem direkter sing fra aber tun wir als nächst das 7 aus nach gehen ja das richtig das hund das männlich erlängt seh lalas seh den so ich weiß nur nicht wie ihn das auf englisch seht the thing you you use to take a walk with the dog englängt ja also das dem hund erlängt als weiblich sing link nee mich schall nicht sein sing chantal das sächlich also dem an decken das weiblich das eng decken das dem chantal sing decken ja nicole moja nicole unless ja am französischen ich weiß nur nicht wie der menglisch ne ta das dem chantal dem chantal als sächlich sing decken da madame weber hier decken mei chantal prenum féminin sonnet ade de nummer ja nek alexander decken als weiblich dan als het zingt decken ja sarah ade frittele monigask da nopo als men lus dem nopo a velo als men lus och das dem nopo sei velo an den sing nopo dat das ein fra a woman dat als dar nopo hier an den en feld vash das dann op schere velo ne nicole dem chantal chantal c un prénum feminelle prénum feminelle sonnet gedank se zing dat das dar nopo schere velo ristisch alexander amadou dem nopo sei velo den en vel de vash winst dem vee ja sarah dar nopo schere velo den elef dar madame konta an mietchen as sächlisch hit mietchen an hai och weiblich also dar madame konta jung as männlisch ristisch alexander dan as net hier ren de jont feld vash de jont feld in en vash dat dat madame konta hier jonge an zum schluss hummer de nume 13 dat se pluriel les jouets des enfants de children's toys ja fred la monigasque am ar den elef dat dat madame konta das weiblich net dumm dat weiblich as gud het hier mietje de vrede monigasque trecht mom 3 dat zin den kanna mit den en feld vash a spiel sachen dat is pluriel dat zin de kanna hier spiel sachen a med 12 van da op der gramje szeit 142 en buchschwet de lutz boeish niveau a 2 zo und der mensch hat bisse mi klang da gucken wir jetzt aus de knapsche für zu verbessern sind wir gespannt ob das resultat wie gesagt das resultat bravo alles richtig we are the champions we are the champions the fall for banane job ja bravo alles richtig wallah unless ja engling mich wissen nicht wie ihr auf englisch seht guckt er schon exer sie ist n kron her as theorie tabel ein en en astel link an schul obal etwas ganz wichtiges vergisst das muss man aber auch hei zu london feiern an felicitieren in schaue raus es ist eine stadt seien das ist sensation zu lütze bursch alles ist fantastisch voilà da weiß es ist das jupi de klänge prince scharel as do den irv graus herzog guilla as in fra stephanie sin älter gehen wey de ganze wemblay stadion klappt felicitation wohnerschön de papas glücklich de kandas glücklich de grande ches an du grand ux glücklich felicitation all go des mese froh de klänge prince scharel as do wo könnten num hier wat bedait de geburt vir suksession an so weiter dat können da dan do alles no lesen boah das in haire am die traurig novellen am äh am corona melo endlich mal ein gut novellen also ne lundert am ne sie vor do corona schwarzen an dat as nat lich auch an all die medien hai zuletzt blöd dat mega thema auch ob wort punkte lu erstes foto die die man ob deutsch ist foto vom klänge prince ja per skype und großelteren gratuliert ankannt als per kaiserschnitt ob welt com caesarian csa und do man die von koppel ja boah jetzt war das live ticke ja lebt das schlecht novellen aber tun mal nach tage blot punkte luk konto also das thema was dann heute prinz du hast aber da war gar groß junge und journal den aber bestimmt doch groß gemacht das thema nummer 1 zu lütze bursch hurra wir leben ado prinz charles ist da 13 und puppelt nicht charles jean philippe joseph marie guillaume also na reinge ja alt es all gutes felicitation merci für die schön nouvelle an den grausamen zeiten an dem moment am moment leben ja voilà da ging ich halt marie raus zurück an the wembley stadion wala doc lies merci bravo felicitatioon mola zet doch ja also effectief en honds lingt en lingt dat als doc lies an an un lingt schien also ich wollte erst aber auch matt tele mol enke wo auch mal böse positive novellen hay an diese schlimmen zeiten obtauchen nicole seht doch bravo charles michael schreift er das besser wie archie ja charles schöne num charles tipptopp man habs dass sie siegen all gesund am unter am fred als für sie alle gute na man stadt aus also das aber ein gut nur weil die schei am wembley stadion der verkündigen hat geduld du frest sich doch bestimmt auch richters eisen banane schub an sein zwillingsbruder der banane schoss wir sind alle glücklich so und da geht es weiter um ein Programm eine flotte Überraschung für ihr ich hoffe es klappt alles wie wir das vergestalt tun und zwar habe ich einen Interviewpartner von einem Litzbeuer Autor den dann auch live am Wembley stadion zu London über sein neues Buch darf kurz schwätzen ein schön fünf froh gestalt und die fünf froh die können das lesen an auch sein entfalten aber für die leucht strömmer also die erste froh ist kannst du dich kurz für stellen kann du introduce yourself das wird die zweite froh ist wie ist dein neues Buch wieviel seiten wo kriegt den net dann die dritte froh im wat geht an dem neue Buch what is it about die feiert froh kann ihn als auteur für seine bücher zu Lützebüch lewe can you earn enough es gevo po we gagne ass d'argent und dann nun schnarring froh wat für bücher rekom de du op Lützebüch an auch an anderen Spruche Nicole Giselle schreift och welkom zu Lützebüch schare merci also de laushtre mal o dem jos nu ebe entford lo die vone froh ha probe er zu koncentrieren et dauert 3 minuten 3 minuten ah wat vullst schnach søren du nu weisen jes den text dan analyseren ma dat ne ket z zoomen panik jad also nit van der vult net versteht avan problem as mam tone da schreift van schliff direkt an den chat also joss da mensch du lo mal high shake rose an low high life by ice am Wembley stadion zu london de joss kaiser wow mojøn mein numas joss kaiser als urteur unertsiechnisch mein büsche er als josef kaiser ist johragang 19 hundert fyrrg sich an herberuflich schaffende janenga mediefirma mein neid büch heisht gleif net wat freio duff versprisht am moment kreed den leidah nummen online bei den edisjons shortchen mega schoen mechanist librarien op an kreed den auch an al gut librarie zu lutz büsch zu kreffen oder bei mir direkt het hond 12 seiten an es schon on gaf johr dur nab büsch an dem buch geht im geschicht von arthur schimberg den als archivist an der filial von enger deutscher bank wie die decidere ther sit zu lützebüch zau zu machen muss sind alt dokumente archivieren den auch an den kösten am keller leyen schimperi die die schimperi ungeräumt hent auf die spur verschiedene heimdienste gino pien auch gesagt für herauszufinden wo das kapital erloh ist das am zweit weltkrieg verschwunden ist gerade an dem moment lehrt den achttur marie kennen der schicksal auf unerwerte manier mit den machenschaften von der bank verbunden ist leider als sie stierwiskrank an den achttur schimperi muss schnell reagieren von jen hier nach leichten denkst verweise mir als keele zu bräu oder bekannt den du von leh bekann dass sie bücher schreift es bräuerin immer auch nach brotjob oder einer aktivität in die geld erbringe für dass leid die wir habt geworgen dass er nicht buch raus könnt mischt mein editeur die die so schorgen reklam für das buch zum beispiel an den zeitungen oder an sozialen medien an schickt rezensionsbücher und medien wenn die hier erbisch da richtig mache nämlich eine rezension über das buch veröffentlichen da schickt schon ganz viel leid das gewoh ich selber errichte über facebook mehr wie 800 leid und das gibt doch für die stück hier eine präsentation für mein neues buch auf youtube sobald die situationen nicht erlernt werden dann auch öffentliche lesungen gehen für ein bücher ich will rekommendieren ob lütze bücher von dick vom buch in nüter feiert ein ganz flott und interessant buch lüchtig geschrieben kurzweilig der das kurz chronik von men malkovich singen dich an luge von nico helminga 493 seiten immerhin an enger andere sprach recommanderen ich zeide italienisch seta von alessandro barrico das tun ich auch teits an auch französ geließ aber das geht es vielleicht auch noch an andere sprach Eddie voilà joss das wirst du super gemacht vielmals merci dass du mal hai helfst bei der sendung und ich hoffe ich konnte auch ein bisschen helfen mit dem Buch und das schenkt mir aber auch ganz interessante thema zu sehen für all die leid die am chat wollen litz leid 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 wurde den froh oder alles verstehen war technisch ok dann machen wir einen text analys also das ganz nach ein kreier und könnt ihr auch lesen und da nur erklären von frohen sind was vielleicht nicht verstanden hat alles ok sind enttäuscht weil das ist schwer und ich habe los geschwäld und einfach Sätze gemacht ich hatte gefroht wenn ich lief nicht kompliziert ist ja Katja Katja ist auch ganz stark also da gucken wir die Joss nach mit dem text da dabei schön groß so joss das ne gründer und schläft joss 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 kaiser verspricht. Am Moment kriegt er das leider nicht mehr online bei den Editionschortchen, mega schön machen die Librarien ab und er kriegt ihn auch an alle gute Librarien zu Lützbüch zu kaufen oder bei mir direkt. Er hat hundertzweihandrische Seiten und ist schon ungefähr ein Jahr durcheinander geschafft. An dem Buch geht es um die Geschichte von Arthur Schimberg, den als Archivist an der Filial von einer Deutsche Bank. Wenn er die Idee, die hier in Lützbüch zu machen, muss er alle Dokumente archivieren, die er an der Küste am Keller leihen. Dabei könnte er eine Rei ungeräumt händen auf die Spur. Verschiedene Geheimdienste haben hier auch gesagt, um herauszufinden, wo das Kapital erlöst, das im Zweiten Weltkrieg verschwunden ist. Gerade an dem Moment lehrt Arthur Schimberg, der jetzt schickt er, ob er eine unerwerte Manähe mit den Machenschaften von der Bank verbunden ist. Leider ist sie stetskrank, und Arthur Schimberg muss schnell reagieren, von ihnen hier nach einer letzten Denkstvollerweise. Mir als Kieler Zerbräuter bekannt, den du von einer Lübe kann, dass sie Bücher schreibt, es braucht ihn immer auch nach einem Brotjob oder einer Aktivität, die Geld erbringen. Für die Leute, die wir haben, dass ein neues Buch herauskommt, möchte mein Editor, Didi Saint-Georges, Reklamen für das Buch, zum Beispiel an den Zeitungen oder an den sozialen Medien, anschickt Rezensionsbücher und Medien. Wenn die hier, ob ich das richtig mache, nämlich eine Rezension über das Buch veröffentlichen, da schickt ich schon ganz viele Leute dort aus. Ich selber errichte über Facebook mehr wie Ertanathlete, und dies kann ich auch für die nächste Woche eine Präsentation für mein neues Buch auf YouTube geben. Sobald die Situation nicht mehr erlebt, werden es dann auch nicht öffentliche Lesungen geben. Für mich möchte ich gerne auf Lützebücher von Dikt vom Buch in Niederfeiert ein ganz flot und interessantes Buch, lustig geschrieben, kurzweilig. Das ist die kurzchronik von Mann-Malkovich-Singen-Dich an der Lodge von Nico Helminger. 493 Seiten, immerhin. Eine andere Sprache recommandieren ich, sei der Italienisch CETA von Alessandro Barrico. Das tun ich auch Deutsch und auf Französisch geließe, aber das gehört vielleicht auch noch an andere Sprache. Eddie? Merci, Jos. Ich hoffe, es wird alles geklappt. Das ist nicht so ganz sicher mit den Live-Schaltungen. Denn Alexandre schreibt super Interview. Ich hoffe, er hat es wieder abgeschrieben, die er nicht verstanden hat. Dann propose ich, das ganz kurz zu analysieren. Mit einer Übersetzung. Kannst du dich kurz vorstellen? Can you introduce yourself? Kannst du dich vorstellen? Hier ist Jos Kaiser, aber als Autor nicht. Du hast zwar im Text oder im Video gesagt, dass ich noch nicht. Ich lebe mein Buch. Das ist der Name meiner Autor. Josef Kaiser. Mit 56 Jahren, ein Hauptberuflich. Das ist die Profession principale. Ich arbeite in einer Medienfirma. Als ein neues Buch ist gelieft, wird Freu oder versprächt. Don't believe what the spring promises you. Ne crois pas auf das, was der Printemps te promett. Ihr könnt ein Buch, am Moment leider nicht online, oder direkt bei Jos oder Facebook. Wie viele Seiten habt ihr? 32 Seiten. Wie lange habt ihr es geschafft? Wie lange habt ihr gearbeitet? Ungefähr ein Jahr. Also lange. Das ist die Geschichte von Arthur Schimberg. Als Archivist. Die Deutsche Bank hat die Idee, ihre Seite zu machen. Sie werden ihre Seite in Luxemburg veröffentlicht. Deshalb muss er seine alte Dokumente archivieren. Sie müssen sie archivieren. Sie müssen sie archivieren. Sie müssen sie archivieren. Und dabei könnt ihr eine Reihe ungeräumt hätten. Ob die Spur. He discovers. Ich découvre die Schöße. Ein peu. Comment dire? Lusch. Some strange things. He discovers some strange things. An verschiedene Geheimdienste. Oh, FBI. Service Sekret. Geheimdienst. 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 James Bond. And. In mission to take care of him. Not James Bond, he is. Im secret service. Und. Sie suchen nämlich. Capital. Money. Suen. Die zweite Weltkrieg verschwunden. Diszipeiert. L'argent. Auf der Einsicht. Die Ahnte Marivelle. Und dann. arem. Dann. Le Coronator tv. Le destin de Marie, il est lié à ces actions de la banque. So the destiny of Marie lies in the hand of this bank somehow. Mais Marie a stierves krank. Und hier schreibt sie, dass sie, dass sie Marie schreibt. Und hier schreibt sie, dass sie, dass sie krank. Und hier muss sie schnell reagieren, wenn hier ein Lechten Denkst will erweisen. Das ist eine Location, eine Turnierfix. S'il veut l'aider eine dernière fois, if he wants to help the last time. Son nom de plume, ja. Son vrai nom, c'est Joseph, mais lui, dans la vie courante, c'est Joss. Et il le sait, in seinem Livre, quand même. Ja, Machenschaften des Affaires, ja. Mais, mal sehen. Das Negativ-Machenschaften. Und dann bin ich schon gefragt, ob es da von denen ein bisschen Kanzler ist, Joss. Millionär, ein Yacht, Villa. Nee. Ihr seht, an ihr kennt doch keinen Lützebäuer-Autor, der ihn davon leben kann. So, he doesn't know any Luxemburgische Art, auch kein Liv. Von his books, von the selling of the books. Donc, il connaît aucun Auteur luxembourgeois, qui arrive à vivre des ventes de ses livres. Er braucht eine Brow-Job, ein Gain-Pain. You need a bread job. You need something where you get a regular salary, a regular income. Oder eine Aktivität. Die Geld erbringen. So, money comes in. Comme l'argent rentre. Und nie verlangt. Comme Pastant, comme Hobby, kannst du Bücher schreiben. Und dann, wenn ich schon gefragt, ob es für das Leid überhaupt wissen, dass es der Neutbücher rausbrührt wird. Dass er das rausbringt. Publier, publish. So, how do people know that he published a new one? Comment est-ce que les gens savent, qu'il a publier à nouveau? Ich hoffe, ich schaue mal an Editionschortchen. Und ich schaue Rezensionsbücher und Medien. Donc, des Exemplaires aux Medien. Die senden Books to the Media. Und die sollen dann normalerweise eine Rezension schreiben. Und da gibt es gleich das Gevoe. People we know through the Media. Les gens découvrent à travers les Medien. Und ich schaue mich noch auf einer mannen Reclam. Zum Beispiel auf Facebook. Und ich schaue mich noch eine Facebook-Seite. Und ich schaue mich noch mit 800 Leidkontakt. Und ich schaue mich noch eine kleine Präsentation auf YouTube. Und sobald, as soon as. Dès que die Situation le permet. As soon as die Situation allows it. Da werden auch nicht lesungen geholen. Und he will go to public spaces, schools, whatever. And he reads out of his book. Il va lire des extraits de ses livres. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche un auteur pour lancer son produit. Pour organiser comme ça des soirées littéraires. J'os, je crois qu'il est disponible. The day job. Un job alimentaire. Merci. Ich kenne den Nico Helminger. Es schaumatim geschwad. Und hier na es zuhör mal, ob du nie komm. Ma ja. Ihr möchtet den Nico, als dann auch Lesungen herle komm. Und zum Schluss hündig ich schon gefragt, welches Buch rekommenderest du de Leitkontakt am Video-Chat. Und ein Buch, was ihm gut gefällt. Das ist die Kurzchronik von Menn Malkowitsch. Ich singe dich an der Lodge. Und das ist von Nico Helminger. Aber das ist dick. 493 Seiten immerhin. Und wenn du das nicht schockierst. If you are not scared of big-heavy books. Das ist ein gutes Buch. Das gehört bei den Editions Binsfeld. Und er hat eine andere Sprache. Das ist die Seite auf Deutsch. Italienisch-Seta von Alessandro Barrico. Und der Josse hat das auf Deutsch und Französisch gelesen. Aber das gehört vielleicht auch noch an anderen Sprachen. Und da ginge ich erst heute den Link auf der Josse sein Buch. Das fand er dann bei Editions Schochtchen. Ich ginge erst den Link auf das Buch von Herr Helminger. Da könnt ihr erst das auch angucken. Also wir sind schon ziemlich aktiv in der Literatur zu sehen. Und ich habe auch ein paar Christen hier. Was ist von der Literatur zu sehen? Ich habe zuletzt geschwärt. Aber mit dem ganzen Corona-Kacken ist natürlich die Situation nach mir schlimm. Geht nach mir schwer. Dafür geht es mehr. Es geht mehr von dem Josse. Kein Problem. Ich kenne den Josse übrigens durch 12er Bischadich. Ich habe nur da einen Stand bei den Editions Schochtchen und ein bisschen mit dem Nanner geputert. Aber ich mache ja nur keine Literatur. Ich sehe mehr Linguistik. Dann drippeln wir es auch nicht. Ich sehe es auf die Face. Das ist keine Konkurrenz. Einer ist keine Konkurrenz für mich. Ander ist sie keine Konkurrenz für ihn. So, also hier ist Editions Schochtchen. Gelief nicht, was Freya verspricht. Von Josef Kaiser für 16,50 Euro. Hier ist ein schöner Deckel. Editions Schochtchen. Und ihr findet dann noch ein kleiner Resümee. Und noch ein ganzes Reih-Ener-Büscher. Und das andere Buch, das ist das hier. Von Nico Helminger. Kurz Chronik von Mann Malkowitsch. Singen Dejan der Loche. Und das große Preis her. Ja. Da und ich habe auch die Linken. Und dann das Buch, sei der. Roman von Alessandro Barrico. Ich weiß auch nicht, wie es da geht. Und ich habe die Linken auch geschickt. Amazon. Ja. Voilà. Müsse da. Ich habe das Buch. 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 Geheimdenkster. Das ist ein Service. Sekret. Secret Service. Ja. Und das wird auch noch eine ganze Reihe. Einer-Büscher publiziert. Aber ich kann also dann. Was für eine additional Information. Ich kann also da vielleicht. Einer kann ja. Da rüber ein bisschen. Ein bisschen. Ziele. Merci. Merci. Merci, merci, Joseph. Vielmals merci. Vielleicht. Ich habe noch. auch noch einer auch da an der Bausen die Pfannen da zu auch mal lenken haben ein bisschen können wir später das Buch muss auch nicht ab Lützebüch sein es ist eine Frage die überhaupt nicht könnte vielleicht den Bezug zu Lützebüch das wäre einfach positiv aber wie ist das die Madame ihre neuen Harry Potter aber wir haben am Wembley Stadium vorgestellt kommen Keating oder wie ist das also es sind disponibel aber wenn dir wenn dir User Chat User ein Buch oder ich weiß das du dir schon etwas publizieren der Lütze ein Video ein Film oder das ist egal ein Rezept das schickt man dann kann ich es hinweisen sonst ich sie da immer nicht mehr möchte das ist ein bisschen langweilig ja Geheimdienst dagegen ob den Archivist auch gesagt richtig wahrscheinlich die Deutsche für für etwas zu vertuschen Michel schreibt rolling ja merci ja ja Alexander du sollst alles richtig verstehen und da bleibe nach zehn minuten und du nicht echt ohne etwas klingt präsentiert wo fand das nicht präsentiert ob es klingt ja dir wüsst ich hatte gestern über die armeische Lisset zu erst geschwärt und du bist froh gekommen an einer von Stefan vertuschen ist to hide to secretly hide something und unter den teppisch kehren unter the carpet zu le teppi vertuschen als negativ pejorativ da weiß nicht ich hier cover ab richtig das ist für google earth das foto vom lycée garçon es das ist es der lycée garçon der bau lycée und da sind die Schüler hier zum Strösserhof und das ist hier Rätts und hier zum lycée über clement es hier zum rauf durch den hoff und hier zum schwemm hier ist der swimming pool weil den bevrlisées den hoff kein schwem oder dem zu ich weiß nicht aber dem es hat kein schwem ja und der teide das der bevrlisées des garçons dort waren immer jungen there were only boys und der höchst medisch das lise there were only girls seulement des fill und es la mixité pardon und maintenant die vier die gar sont partout now there are girls and boys everywhere so they are no longer separated ma yeah that is then from over with google earth super interessant that is the medisch lise for four also so is the lise to many of lise and as lo bison an is the one bison renovate and for the lune me gen so as 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 kein Rezent-Foto fand. Das ist nicht. Ein stellendes medisches Lisset für. Wie hat das getan? Hier war das Altgebäu, und da kam das Neutgebäu, und da war es dann renoviert. Und da war es die Preo. Und da war es dann rausgegangen. Und hier können wir Autos parken. Zu meiner Zeit konnte ich kein Auto parken. So. Und hier ist ein Lisset von Oevan. Du siehst da, das ist ein Schandchen. Das ist ein Grand Chantier. Und hier ist ein Schwamm. Von der Outside. Das ist der Swimmingpool. Das ist da und in Italiener. Da sind wir hier durchgegangen, oder hier so rundherum. Und da sind wir hier an der Swimmingpool gegangen. Und ich mache ein Haie. Also da war es immer in der Kanteen. Und hier ist ein Dantre. Für an den Schwamm heranzugehen. Ja, und ich war an diesem Gebäu, am Anfang, auf 7. Ich mache ein CO5. Und dann noch, 3. oder 2. Jahr im Premier, da war ich immer hier an diesem Gebäu. Ja, und hier, das Gebäu, das war voll aus Späst. Ja. Das war ein großer Problem. Und hier, da war es die Festsaal. Das ist die große Saal. Da habe ich den Premiersexamen geschrieben. Das ist da, wo ich kriegele Baccalaureate. Ja. Mega Geschichte. Ja, da war Trump auch noch ein paar Vier. Und da war der Platz für die Koppel. Für die Tochterung. Für die Young Couples. Für die Knutschen. Und wir sind hier an der Haie gegangen. Hier sind wir an der Haie gegangen. Die Mauer hat das neu. The walls here are new. Und, ja, da ist Trump da verbunden. Also, du gesäßt so, an dem Winkel, also das Foto aus Haie gemacht. Und du gesäßt da so raus. Das war eine gute Zeit, ohne Corona. Die hat keine neue Foto. The Glassy. Nee, nicht Glassy. Nein, in der nächsten Zeit, ich fand das ein interessantes Thema. Du kannst nicht ganz viele Geschichten erzählen. Und, ja, also hier war dann die Schwamm. Und, dann habe ich nach, ja, das ist das Foto mit all meinen Proffen. These are all my teachers. Ich weiß nicht, ob die Frau, sie waren nicht Foto von ihnen. Ich weiß nicht, ob die Frau, Ich habe ihre Gesichter vertuscht. I covered up her Faces. Aber, auch nicht speziell Grund. Ich weiß, ich habe schon nicht ein Erlebnis gefroht. Wir sind nur ein Facebook-Seite und du fandest die Foto noch. You find also these pictures on their Facebook-Seite. den Examen bestellen. Nicht opstellen, den Examen bestellen. Ja, das ist der Medisch. Das ist, aber viele von meinen Proffen sind in der nächsten Zeit gestorben. Das ist eine riesige Geschichte. und du fandst dann auch, also ich gehe mal zurück an der Wembley Stadium. Wie geht das? So, ja, an der Kamera, weil da sind schon immer am Wembley Stadium, das ist aber in einer Dimension. Du fandst auch mehr Informationen dazu am Wikipedia über die Medische Licee das High der Link und da weiß ich nicht, dass die Foto also ich gehe mal raus. Ja, da Licee über Klemmer Ash an Wikipedia das ist ein Foto, die hat ja Scholo gewesen. Und das war der Medische Licee an einer 70 Asten über Klemmer genannt ging das war ein Lützebäuer Politiker. Und High steht auch das ja dann zinkt er mir auch dass sich sie Mixtklassen erlebt. Also relativ rezent das nennen die Mixtklassen also Mann und Frau und Jung und Mädchen. Ja, dann haben sie Informationen über den Hübert Klömer die Politiker und du warst Renovierungserbeste und die 46,5 Millionen Euro kostet oder wahrscheinlich noch mehr das ist egal für für die Zukunft für Ausbildung muss genug suchen sein wir müssen also um die Leute kümmern und dann haben sie direkt und von allem den Albert Göder den ist bekannt weil den hat auch ein Grammar raus ging für Französisch zu lernen ja den Albert Göder und den Liseberg Klömer hat 100 Jahre gefeiert hat das dann ein Wortspiel LHC Centenaire 100 Jahre und ich habe noch die DVD und da kann ich euch nach Foto erweisen früher Generationen ich will nun dass Leute nicht so die meisten ja nämlich da und du nach Analysien zu also und offiziell seid und so weiter also gut gemacht an Wikipedia voilà äh vielme ich fragen ob das Foto wie Männer am enseignement ja normalerweise sie mehr frage Männer final am an primär schaule am lycée ist nicht gerade so schlimm ich kann nicht leben das ist meine foto am medisch das lycée gesehen ja du war es ja ja johr Ja, ob der Foto, ob der Foto wäre mir frau wahrscheinlich wie Männer. Aber wir können jetzt einfach die Facebook-Seite von Mädchen, das lese ich auch gucken, aber halt nicht mehr, weil das schon bald ein Riva. Voilà, liebe Freunde. Ah, da weiß ich erst nach, ja, zum Schluss ganz wichtig ist die Schwemme. Ja, du siehst in der Ränke ja. Mit den neuen Euren Zeiten. Ja, für die nächste Woche. Vergiss, wann ich glücklich nicht. Für mich und mindestens, dass der Videochat immer um 9 Uhr. Neh, mir um mehr dauern. Neh, ich mache mich mal heuer immer aus. All die Niveau bleiben, selbst mit dem 9 Uhr. All der um 9 Uhr, neh, mir um mehr dauern. Und zum Kuren, du kriegst eine Invitation, wann da bei mir ein Lerner geschrieben ist. Meine Klasse, meine Schüler, die meinen ich dann zweimal pro Tag. Von 6 bis 7 und von halber 8 bis halber 9. Und dann ist es auch von 6. Ah, das ist noch viel. Von 6, nicht von 8 bis 8. Das ist ja mal. Und dann von halber 8 bis halber 9. Und für meine Schüler von der WDL, dass das Dünches am Mittwoch von halber 7 bis 8. Halber 7 bis 8. Dann muss ich nicht wohnen. Auf Freude, dass wir mal Zoom kaufen, von 13 bis 14 Uhr. Und Läschke, ja, heute nach Alexandre keine Invitation gerade. Sorry, Alexandre. Wir hatten uns schon gefragt, wo ist denn Alexandre? Hallo, Gindja, warum sei er an der Wembley Stadium? Für erste Mal war es so. Heute nach einer Foto. Nein, eine Foto. Heute nach einer froh. Also, dann hoffen ich, dass wir erstmal ein Römmchen sind um 9 Uhr. 21 Uhr. 21 Uhr. Möhe. Ich muss nochmal mit meinem Manager gucken an welches Stadion. Und dann gehen wir vielleicht machen wir auch ein Open-Air-Konzert. Dann bringen wir einen großen Wiss. Das ist egal. Oder ein Konzertsaal. Vielleicht kennt ihr eine Philharmonie oder so, die Eidl steht. Die, die als ob Welt-Tournee zu gehen. An all die Großstädte. Dass Jüderin Lützebäuer schalieren kann. Tigern müssen ein Lützebäuer machen. Nicht vergessen, dem Jérôme sind Kurs in dem Ningauer. Ja. Entschuldigung, Tigern. Kade für das Majöre. Das ist nicht mehr umherdäuer. Geh geschieht, Katja. Ich hoffe, du vergisst mich nicht. Das ist nicht mehr umherdäuer. Nein, das ist nicht mehr umherdäuer. Nein, das ist nicht mehr umherdäuer. Dann... Banane Jousse. An der Banane Joupe. Geh geschieht, Natalia. Viel Mutts Merci. An die gute Humeur. Ja. Die gute Laune. An... Die gute Laune. Ja. Es ist schon heute natürlich ein spezielles Workshop-Atelier. Weil ich habe hier am Wembley Stadium zu London gesehen. Und das hätte ich mal nie für mich gehabt. Hätte ich nie für mich gehabt. Das ist fantastisch. Und so noch all den Leuten Merci, die mir alle gefunden haben, dort bei uns zu stellen. Der Promoteur und der Manager. All die Leute, die Reklame dafür gemacht haben. Äh... Und... Voilà. Und so sein. Ja. Es läuft alles gut, he. Bis geschwün. Nicht zu viel Nodenken. Äh... Da spielen ich nur noch zum Schluss, äh... Dintros Lied. Aber nicht mehr. Vom, äh... Tigran mit Adana. Ah. Da muss ich meinen Toner im Ausschalten. Alle. Ciao Azereva. Äh... Äh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.